Hallo und Herzlich Willkommen zu eurer neuen Folge LS22 auf der Galgenberg. So, wir starten wieder und weiter geht es mit der Ernte. So, ich mache aber jetzt keine Vorgassen mehr. Ist mir bei den Feldern einfach zu aufwendig. Ich bin dies, weil die Strommasten hier und alles was hier drinnen steht. Ich freue mich nicht so mit klar. Let's go und Attacke. So, ich habe noch sehr hart ausgeblendet im Moment. Hat wieder eingeblendet. Wollte krass sagen, ich wusste gar nicht, wie mein Ertragsstatus ist. Aber jetzt grün und gelb liegt ja, hier ist er gelb. Also noch ins Orange rein, aber das kriegen wir dann mit Kalken und Düngen bestimmt ins gelblich-grünliche. Also das hat einen grünen Touch und das Gelb, finde ich. So, es ist halb neun morgens, da ist noch ein bisschen finster im November. Oh, Weg steht an, ich müsste es in den nächsten drei Stunden runter kriegen. Ansonsten war es das. So, let's go. So, let's go. So. So, let's go. So, geht schön rum, 1,6% haben wir schon mal drinnen wieder. So, geht schön rum. 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 So weit zur Ruhe sprach der Knut. So, geht schön rum. So, kommt da auch der Strommast. So, ich muss sagen, sieht bis jetzt ganz gut aus an der Färbung grün. So, geht's schön rum. So, let's go. Hey, mal abtanken. So, come, host damit. So, let's go. 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 Es war gepasst. Oh nein, es regnet. Noch Kummerdreschen. Noch gehts. Kommt noch nicht die Melde mit Andereinbußen. Wollen wir das so lange zu nutzen, wie es geht. Ich dachte, es lässt sich noch ein bisschen mehr Zeit, aber wo ist die Krugel? Oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. Oh oh, ohne Frage zur Zeit, bis das Verspruch kommt. Jetzt, wenn ich abgetankt habe. Wenn ich das nicht noch ein bisschen durchhalten kann, das Wetter. Das ist nicht gut, Regen. Was will ich machen? Was ist das? Was ist das? Was ist das für mich? Jetzt habe ich noch ein bisschen reduziert. Ach, Menno. Ich lasse mich auch schon mal abladen. Ich lorke das ein. Anderes kann ich hier jetzt momentan nicht machen. So. Ich bin auch über den folgenden Tag gekommen. Verabschiede mich. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao. Euer Jaso. Tschüss. 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 Tschüss.